Deutsch lernen mit Bildern In diesem Video lernst du den Wortschatz, Hygieneartikel. Die Zahnbürste Die Zahnbürste Die Zahnbürsten Die Zahnbürsten Die Zahnpasta Die Zahnpasten Die Zahnseide Die Zahnseiden Die Zahnseiden Das Mundwasser Das Mundwasser Die Gesichtscreme Die Gesichtscreme Die Gesichtscremes Die Gesichtscremes Die Gesichtsmaske Die Gesichtsmaske Die Gesichtsmasken Die Gesichtsmasken Die Handcreme Die Handcreme Die Handcremes Die Handcremes Die Seife Die Seife Die Seifen Die Seifen Das Shampoo Das Shampoo Die Shampoos Die Shampoos Der Conditioner Der Conditioner Der Conditioner Die Conditioner Die Conditioner Die Conditioner Die Conditioner Das Duschbad Das Duschbad Die Duschbäder Die Duschbäder Das Deodorant Die Deodorants Der Rasierapparat Die Rasierapparate Der Rasierer Der Rasierer Die Rasierer Die Rasierer Die Rasierklinge Die Rasierklingen Die Rasierklingen Der Rasierpinsel Der Rasierpinsel Die Rasierpinsel Der Rasierschaum Der Rasierschaum Die Rasierschäume Die Rasierschäume Das Rasiergel Das Rasiergel Der Rasierklinge Der Rasierklinge Der Rasierklinge Der Rasierklinge Der Wattebausch Der Wattebausch Die Wattebäusche Die Wattebäusche Das Kosmetiktuch Das Kosmetiktuch Die Kosmetiktücher Die Kosmetiktücher Das Pflaster Das Pflaster Die Pflaster Die Pflaster Das Toilettenpapier Das Toilettenpapier Die Toilettenpapiere Die Toilettenpapiere Die Binde Die Binde Die Binden Die Binden Die Binden Der Tampon Der Tampon Die Tampons Die Tampons Die Slip-Einlage Die Slip-Einlage Die Slip-Einlagen Die Slip-Einlagen Wenn dir mein Video gefallen hat, hinterlasse mir gerne einen Like. Teile das Video gerne mit deinen Freunden, Kollegen oder Schülern, die auch gerade Deutsch lernen. Lerne hier noch mehr deutsche Wörter. Die Tampons